Ja, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, Minecraft. Immer noch mit den alten Texturen, mit dem geilen Holz. Noch mal ein großes Top an Seismic. Seismic. Und der Lion ist diesmal nicht dabei und es lebt hier gerade. Ich dachte mir, heute nehmen wir mal ein bisschen länger auf, so halbe Stunde, keine Ahnung. Und ich hab's immer noch verpeilt, um es da zu machen. Ich glaube, ich werde das nie raffen, tut mir leid. Ich glaube, wir brauchen mal ein bisschen an der Monsterfalle weiter. Ich hatte ja... Ich weiß nicht, ist das bei euch bei der 1.10 jetzt auch so, wenn ihr euer Inventar aufmacht, dass es immer ein bisschen länger dauert? Ich wollte hier Wasser hinmachen, ne? Das ist ja so gewesen. Deswegen machen wir uns erstmal hier eine unendliche Wasserquelle. Ich muss aber noch einmal hochlaufen, denke ich. Hui. Und dann werden wir uns da drum mal kümmern und kurz kratzen hier. Ja, so ist super, alles gut. Haben wir hier nicht... Weh, das ist dann zu leck. Dann werde ich aber böse. Haben wir denn hier nicht noch irgendwo Wasser? Das sollten kann ich nicht nehmen. Das ist... Okay, werden wir auch bald mal eine Treppe hinmachen. Ich hab's einem langsam mal satt, hier dauernd hochzulatschen. Ach, da hab ich ja meine persönliche Wasserquelle. Hab ich ganz vergessen gehabt. Ja. Morgen kommt... Äh, morgen ist natürlich wieder Samstag. Da könnt ihr sogar so wieder mehr von mir erwarten. Genauso wie Sonntag. Also drei Folgen sind da Minimum am Tag. Das sollte jetzt schon bekannt sein eigentlich. Ach, ich hab die... Ach, ich Idiot. Jetzt hab ich die... Ach, ich Idiot. Ach, ich Idiot. Ach, ach, ich Idiot. So. Jetzt bin ich kein Idiot mehr, weil ich auch nur Wassereimer habe. So. Na, ist das so okay? Ja, ich glaub schon, ne? Ach nee, da muss hinten noch was ran. Oder? Hab ich das in Felder gemacht? Hab ich nicht verzählt? Ich hab mich doch nicht ernsthaft verzählt. Wie weit hat der das denn runtergebaut, der komische Typ? Gibt's doch nicht. Nimm mal dieser Lajo hier. Hier ist es richtig. Hier scheinbar nicht. Hm. Dann müssen wir wie folgt handeln. So. Und so. Jetzt ist es auf jeden Fall okay. Hm. So. Und hat jemand von euch gestern die Frauentausch-Folge geguckt? Mit den Psycho-Andreas, wo mein kleines Special dazu auch hochgeladen wurde. Wieder mal ein bisschen fail. Ich hab das eigentlich wieder über Nacht hochgeladen. Was passiert? Natürlich, mein Laptop geht feuer aus, weil ich hab den dann so ein bisschen vom Strom abgeklemmt, damit das nicht so viel Strom wegzieht. Und was passiert? Natürlich, 20 Minuten vor Schluss scheißt er ab. Und obwohl das Akku eigentlich zwei Stunden halten sollte noch, natürlich war's natürlich nicht... Äh, natürlich war's natürlich nicht so. Super Aussage. Mh, naja. Also, ja. Ich brauch mal ein paar Leitern, würd ich sagen. Vor allem, ich muss mich da unten auch mal drum kümmern, wenn die da runterfliegen, dass die auch irgendwo hinfliegen, wo es das bringt. Mh. Mh, brauch mal ein paar Leitern. Egal. Dann hab ich's heute Morgen hochgeladen. Und jetzt ist die auch schon hochgeladen. Haben wir denn noch irgendwo heute? Das ist dieser nicht. Und was ist hier gerade ein bisschen komisch? Ungewohnt. Meine Maus spinnt hier gerade ein bisschen rum. Also, da. Komm willst du. Hab auch eine ganze Menge von. Ähm. Da. Was geht denn jetzt hier mit meiner Maus? Das ist zwar... Moment mal, ja. Ein bisschen merkwürdig. So, jetzt ist es durch. Nein. Ähm. Da ist Holz. Das wird natürlich nicht reichen. Nehmen wir doch lieber nochmal das hier mit. Und machen da draußen... Das leckt hier gerade ein wenig. Kann das sein? Ähm. Oder wenn man die Crafting Box aufmacht, das dauert es Ewigkeiten um. Komisch. So. Die ging mir nochmal Leitern. So war das, glaub ich, ne? Ja, 32 sollte es auf jeden Fall reichen. Soweit will ich da jetzt auch nicht runtergehen. Was essen. Ja, ja, ja. Ich hab mir überlegt, wenn ich irgendwo auf irgendeinen Kanal guten Morgen sage, oder gute Nacht, sage ich jetzt mal bla bla und guten Tag. Und gute Nacht. Wie folgt, bleibt es immer noch so. Äh. Das darf ich hier gar nicht gerade. Ähm. Wenn mich jemand abonniert, kommt er... Ähm. Eine Dankesagung von mir persönlich. Einen Kommentar. Also ganz was... Besonderes. Ach, Scheiße. So liegen hier unten eigentlich Fackeln. Also, ja. Ich bedanke mich natürlich persönlich. Das ist, ähm... Auch viel besser, finde ich. Kommt schöner, dann denkt man halt auch, dass... Das ist derjenige nicht nur, äh... Dass dir das scheißegal ist. Mich freut das ja auch. Hm. Du ziehst heute mal jetzt hier auch nicht runtergehen. Ich denke mal, das hier ist schon völlig in Ordnung hier. So. Ich hab natürlich keine Schaufel dabei, war ja klar. Jetzt muss man mal kurz überlegen. Wie machen wir das denn von hier aus? Also, die fliegen hier runter ins Wasser. Das heißt, die müssen das ja... Ne. Ja, wann kann man so schnell damit abbauen? Das ist mir jetzt aber auch neu. Ich bin einfach einfach so schnell. Das hier passt eben. Ich schaufel schon. So. Jetzt muss ich kurz überlegen. Die fliegen hier runter und haben ein 3... Mal 2 hoch. Da muss ich gleich mal ausprobieren. 2 hoch und, äh... Ja, hier müsste ich in die Richtung kommen, wo ich hin möchte. Ach, nö. Ah, nee. Das muss jetzt nicht wahr sein, oder? Das, äh... Wollte ich jetzt eigentlich so nicht haben. Vor allem, weil jetzt keine Monster da sind. Ich hoffe, das ist jetzt nur so ein kleiner, äh... Ausgekackter... ...Kühlenbereich. Kein größeres Teilchen. Weil dann, äh... Ist das ein bisschen... Unpassend. Gerade. Scheiße. Ist doch was größeres. Mist. Oh, nee. Musste das jetzt sein? Ah, nee. Hier gehen wir jetzt nicht rein. Da muss ich mir das merken. Das heißt, die bearbeiten geht auch wieder mal nicht weiter, bevor die Monsterfalle so gesagt fertig ist. Also, ich bin jetzt dennoch mal mit. Auch wenn jetzt keine Viecher mich jetzt hier entgegen, auf mich entgegenstürmen, mich umbringen wollen und mir die Kleider vom Leib reißen wollen. Haha. Na, egal. Mach ich das erst mal zu und markier das mir irgendwie... Wie mit... Wie mit vor allem. Womit auch immer. Keine Ahnung. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Vor allem, wie kriege ich denn das eigentlich so hin, dass das alles in Einfluss gerät? Ah, das ist ein bisschen... schwierig. Und man kann ja kein Waffe nach oben transportieren, soweit ich weiß. Ich müsste also dann Pistels benutzen. Das ist aber auch kein Problem normalerweise. Mh... Ja, hier probieren wir mal unsere Wunderspektakel aus, die vermutlich sogar Dreck super schnell wegmachen kann. Ah, diese Enchantmentswaffen... Äh, Werkzeuge sind relativ gut, muss ich sagen. Und also multifunktional, außer vermutlich eine Schaufel kann man natürlich bestimmt nicht auf. Na gut, hier könnte ich eigentlich mal ein paar Leitern anfangen. Dann weiß ich, dass es da runter geht, dann kann ich mich da nochmal erkunden, wenn Elario vielleicht nicht dabei ist oder wenn ich alleine... Dann müsste ich den Zuber neu starten. So. Das ist auch mal genau aufpassen hier, das nehme ich auch nochmal kurz vorsichtig, teilweise mal weg hier. Also die würden hierher angetrieben kommen, also von hier nach da. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, sechs, acht. Bis hier. Dann würde hier... Jetzt könnte ich hier Höbel finden. Ah, Screenshot. Ja, ich bin schon relativ weit unten, das ist aber jetzt nicht so schlimm. Dann würden sie hierher angetrieben werden und hier müsste Lava sein. Nicht so. Das heißt, die würden... Du konntest doch oben recht draufstellen. Das heißt, die würden hier angetrieben werden. Dann hier... Naja, eigentlich ist das Schwachsinn. Weitere nicht. Wenn sie hier reinfallen, dann verbrennen sie ja nicht, weil unter Wasser... Das ist jetzt ein bisschen kritisch. Ich könnte überlegen... Wie wär's denn mir das da unten hinpacken? Das muss ich mal kurz jetzt nochmal planen. Wenn ich das so mache... Also... So. Und dann so. Ja gut, dann müssen aber die Items auch irgendwie runterkommen. Ich brauche jetzt einfach mal Wasser dafür. Dass hier diese dreckige Höhle... Und war doch irgendwo Wasser, kann das sein? Dann sollten wir das vielleicht auch mal leicht ausnutzen, wenn wir hier unten Wasser haben. Na, Quelle, komm her. Du gehörst mir. Ich würde sonst noch irgendwo eine Quelle nehmen. Nee, das war's. Einen Eimer wird schon reichen für die... Testzwecke, die ich jetzt hier gerade habe. So, und das läuft ja gut. Aber leider im Endeffekt schon. Also... Doch, das läuft da unten durch. Ich weiß, wo man das scheiß soll. Jetzt... Äh... Du könntest mich jetzt mal hier rauslassen, Wasser. Danke. Ach, Mist. Nächste, hier komm. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das Wasser würde kommen. Und eine heute nenne ich diese Schlucht zu reichen. Aber das bringt einen ja nichts. Wie soll ich denn das machen? Wie kann ich das jetzt nicht so machen? Aber da muss ich ja so gesagt einen höher machen. Das ist schon ein bisschen schwierig. Ja, das ist ein bisschen schwer, man muss sich das überlegen. Wenn das einer weiß von euch, wie das genau funktioniert, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Außer ich schaffe es jetzt sehr vorzeitig, weil ich jetzt nicht glaube. Ähm... Ich versuche jetzt da unten mal ein bisschen Wasser zu platzieren. Dann werden wir uns mal auf die Suche von Lava... Ach, von Lava, genau. Von Lava geben. Und, äh... Ja... Wenn ihr wisst, wie das genau funktioniert, ähm... Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wäre sehr nett von euch. Kann ich gut gebrauchen. Mh... Muss ich wieder... Ach, ich hab doch da unten eine unendliche Wasserquelle. Ich bin schon so ein... Vogel... Stille... Ich werde vermutlich ein bisschen Mutig einführen, glaube ich. Wui! Wui! Au, 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 au!